Hallo liebe Freunde zu diesem kurzen Info-Video. Vorweg, bevor es mit Infos losgeht, ein Dank an Assemble Entertainment. Denn die Jungs haben mir freundlicherweise nicht nur den Trailer zur Verfügung gestellt, nein, auch ein Key für dieses geile neue Projekt, nämlich Pizza Connection 3. Und liebe Community, ihr könnt dabei sein. Schreibt mir einfach, welche Zutaten ihr auf die Pizzen haben wollt, wie sie heißen sollen, hier unter dem Video oder seid einfach im Stream dabei, der am 22.03. um 20 Uhr startet, hier auf YouTube und auf Twitch. Und ja, dann seid ihr mit euren Pizzen live dabei in dem neuen Game hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns am Donnerstag um 20 Uhr im Stream. Ciao, ciao!